ja hallo willkommen zum zweiten teil ich zeige euch eine alternative für diese kleine box hier die ist aus acryl und von stemmin up aber nicht mehr im sortiment ich finde sie nach wie vor sehr schön und ich habe jede menge deswegen benutze ich sie auch allerdings sollte man ja sowieso weniger plastikmüll verwenden also zeige ich euch die alternative ihr braucht erst mal farbkarton in grund weiß beziehungsweise den habe ich benutzt farbkarton grund weiß ihr könnt natürlich jede andere farbe die passend zu eurer explosions box ist nehmen wir beginnen mit dem deckel der hat ein maß von 9,2 x 9,2 und ich weiß nicht was ich jetzt gerade getan habe dass es so lange dauert weiß aber ist schon nicht so einfach also 9,2 x 9,2 quadratische form und an allen seiten bei zwei gefalzt wenn ihr weniger vom deckel haben wollt nehmt ihr einfach 1,5 dann wird eben der rand vom deckel ein bisschen kürzer ich fand die zwei jetzt passt also gefällt mir sehr gut so alle vier seiten falzen dann der eigentliche körper der box brauchen wir ein maß von 15 x 15 cm und da werden auch wieder alle seiten bei fünf zentimeter gefalzt weil sie ja wieder sie ist ja quadratisch die box ist ja eine würfel box und dann müssen alle seiten gleich sein so noch eine seite und da musste ich noch mal nach falzen warum auch immer ja dann alle seiten noch mal nach falzen mit dem falzbein dann sieht man sie auch besser wenn ihr sie jetzt später einschneiden müsst also ich empfehle eigentlich immer erst falzen also erst noch mal nach falzen und dann erst schneiden gerade bei weiß sieht man es besser hier wie bei der großen box auch der deckel der wird einfach nur an den klebelaschen eingeschrägt das heißt die die sichtbaren seitenteile bleiben gerade und der rest wird abgeschrägt und genauso mache es auf der gegenüberliegenden seite also gerade reinschneiden und die zwei laschen abschrägen so kann man sich auch immer merken wo man den kleber drauf macht weil man genau an die abgeschrägten laschen ja lieber drauf macht so bei der großen box also bei dem bei dem unter bei dem haupt box oder wie nennt man das ist es ein bisschen anders da schneide ich zunächst erst alle geraden rein und zwar nehme ich mir eine seite vor und schneide die zwei falls linien nach oben bis zur ersten falls linie drehe es genau in die gegenüberliegenden seite und schneide da ebenfalls rein so und bei der normalen box wären das jetzt eure klebelaschen aber die ist natürlich zu groß also wenn ihr die über lande legt seht ihr hier das sieht unschön aus das passt nicht zusammen deswegen verkürzen wir die so also machen die zwei äußeren quadrate kleiner und macht ihr am besten so klein dass die sich in der mitte nicht treffen später wenn ihr die zusammen klappt gegenüberliegende seite auch abschneiden und ja ich zeige es euch gerade mal also sie dürfen sich nicht treffen in der mitte sonst habt ihr wieder da doppelt und das macht das ganze dicker und unschöner und so treffen die sich erst gar nicht und dann kann das nicht passieren und auch wie wie überall bei schachteln abschrägt abgeschrägte kanten und dann wird euch auch der obere rand dann nicht unsauber das ist eigentlich der grund warum man abschrägt und damit ihr oben da nicht noch eine kante raus gucken habt so jetzt wird das ganze natürlich zusammengeklebt ah genau ich erkläre es euch erst mal genau also wenn ich boxen basteln dann mache ich mir ein gerippe das heißt eine quadratische form die unterteile ich mir zunächst in drei und dann wieder in drei also in neun gleich große teile klar kann ich das jetzt nicht so akkurat aufmalen nur dass ihr es erst mal seht also ich brauche neun quadratische teile und da rechne ich mir dann aus wie groß eben die box sein soll und da ich fünf zentimeter habe ist es ganz gut dann brauche ich an allen drei seiten fünf und in der höhe auch fünf das ergibt zusammen ein maß von 15 cm und die fünfer schritte sind dann die seiten die ich eben später falze für den deckel rechnet sich das ein bisschen anders erstens braucht ihr einen schmaleren seitenstreifen so und dann sage ich mir okay hier jetzt bei meinem beispiel habe ich zwei zentimeter genommen ich zeige es euch aber jetzt noch mal in 1,5 zentimetern einfach dass es das dass ihr beide maße habt also nämlich 1,5 und 1,5 auf die seitenteile und übernehmen die fünf von oben nur also die fünf und machen wir aber noch zwei millimeter dazu ihr könnt ein millimeter nehmen manchmal ist es aber so dass die der deckel dann zu fest sitzt und man ihn gar nicht richtig ab bekommt deswegen nämlich zwei millimeter dazu wenn ihr sowieso die seitenteile immer noch mit designer papier beklebt und mit farbkarton dann ja wird es automatisch dicker und auch hier das quadratig ist hat es dann eben zusammengerechnet eine ein maß von 8,2 und das eben was ich euch im beispiel gemacht habe das hat eben das die 9,2 und so könnt ihr echt alle eure projekte rechnen rechnet wie groß ja das geschenk ist dass ihr verpacken wollt und macht da euer raster eben dazu also immer dieses raster mit diesen neuen kammern aufmalen und einfach mal die die größen reinschreiben also klar bei einer quadratischen ist ja höhe breite und tiefe gleich da ist es ganz einfach zu machen und vielleicht auch für anfänger super geeignet wenn sie erst mal in der quadratischen form bleiben und nicht noch mit der rechteckigen anfangen die ja drei verschiedene maße hat dann so ja jetzt wird alles zusammengeklebt das ist ja wie bei jeder schachtel im moment auch da ändert sich nichts groß an der an der vorgehensweise und ich sollte im bild bleiben ich habe ein neues stativ bzw meine kamera hängt an einem neuen an einer neuen stange und diesen tecken zu weit vorne oder weiter weg von mir und da vergesse ich das muss mir meine markierung setzen dass ich euch mehr zeigen kann weil das bringt ja jetzt auch nichts ja da seht ihr jetzt nicht wirklich was so ist gar nicht so einfach ohne hintergeräusche zu arbeiten die habt ihr ja gar nicht also müsst ihr mit meiner stimme vorlieb nehmen aber ja kriegen wir hin ist ja auch nur ein kleines erklärvideo über ja über die box für die box sozusagen so einmal kurz testen ja also es hat jetzt genug spiel was ihr dann auch machen können wenn es euch zu groß geraten ist einfach ein band mit auf den boden kleben und dann einfach festbinden später nach oben hin da muss man die erst sozusagen die schleife lösen um den deckel hochheben zu können aber das funktioniert so dann habe ich irgendwie ja ich hole seladon genau also ich habe seladon geholt da brauchen wir auch ein reststück für also ich mache das jetzt genauso wie die wie die außen box ich nehme zuerst farbkarton und die nummer kleiner dann in designer papier weil ich das ganz witzig fand dass eben die kleine genauso aussieht wie die große nur eben nicht auseinander fällt wobei das könnt ihr natürlich auch machen dass ihr die innere box einfach auch auseinander fallen lasst das ist natürlich vielleicht auch witzig und der geldschein dann offen liegt sozusagen die box hat ein maß von fünf mal fünf wie erwähnt also mache ich mir jetzt erstmal in 4,5 schritten das designer papier das mache ich mir fünf mal die seitenteile plus deckel schneide ich mir das zu das passt jetzt super dass ich so einen langen streifen gefunden habe als rechts stück und ja dann kommt natürlich das designer papier hier zeige ich euch jetzt noch mal dass ich das selber genommen habe wie außen eben und das wird jetzt kleiner wieder wieder 0,5 und zwar wir waren bei fünf zentimeter 4,5 dann sind wir jetzt bei vier das mache ich mir dann glaube ich auch ja fünf mal auch inklusive deckel weil ihr werdet später sehen dass der die blume das sowieso verdeckt dann ist es unnötig noch ein anderes designer papier anzufangen wobei ich habe sowieso eins noch anschneiden müssen so ich zähle jetzt mal durch sind nur vier ich brauche noch eins das ist sehr seltsam wenn man das sieht ohne das geräusch das der schneidemaschine ok so jetzt kurz wegräumen und dann aufkleben zuerst könnt ihr alle designer papier stückchen auf das auf den farbkarton kleben dann habt ihr das schon mal drauf und ich glaube das werde ich euch jetzt im schnelldurchlauf machen damit es eben schneller geht so fertig jetzt mal noch kurz ja prüfen er wackelt ein bisschen macht aber nichts aus und dann habe ich nur noch große blüten und kein blatt macht aber nichts weil dann nehmen wir im 3d pads also beziehungsweise schneide ich mir den rand ab wichtig leute schmeißt das nicht weg das kann man auch noch benutzen ich finde es jetzt nicht schön dass es kein blümchen kein kein blatt außenrum hat dafür haben wir ja die große blüte genommen und ja können wir es austauschen ich finde es passt auch super rein mir gefällt es fast noch besser ich meine dass jedes hat seinen vorteil aber das ist richtig süß durch die durch das designer papier passt halt auch immer alles zusammen und ja eine kleine alternative für euch und ich hoffe ihr könnt was damit anfangen klar hier sieht man dann auch gleich was drin ist hier kann man auch noch schöne bonbons rein tun oder ja keine ahnung lasst euch was einfallen hier sieht man was drin ist und bei dem anderen eben ist die überraschung noch ein bisschen größer wenn eine schachtel in der schachtel ist was ja auch ganz witzig ist ne also davon mal abgesehen und ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaltet nächste woche wieder ein und bis dahin wünsche ich euch eine schöne zeit tschüss hör'n hör'n ? hör Bis zum nächsten Mal.